War das nicht 89, irgendwann im Mai, ab in mein Cabrio zum Baggersee am Rhein, da kam ein Mädel und sie laber, laber, laberte mich voll. Ne scharfe, hohe Stimme und das kann mich nicht ertragen. Hab mich zurückgezogen, Radio dabei, Wollt Elmi hör, ich hör'n auf SWF 3, da klang ne schöne Frauenstimme, dachte, hey, wer kann das sein? Die kenn' ich doch von Formel 1. Oh, Stephanie Tücking, Oh, Stephanie Tücking, Es gab auf nem Barbecue ne seltsame Clique, bald ging die Diskussion los über Popmusik. Die meisten waren echte Klugscheiße, Ja, wirklich, tut mir leid und Google stand noch nicht bereit. Oh, Stephanie Tücking, Yeah, Stephanie Tücking, Uh, Stephanie Tücking, Yeah, Stephanie Tücking, Am Hockenheimering hab ich mein Radiohaus, Wegen den Riesenlärm denk ich noch, Mach mal Pause, Plötzlich brennt's da so ein Flitzer, Wer war drin, Ja, wirklich, tut mir, Ja, wohl, das war die Stephanie. Oh, Stephanie Tücking, Yeah, Stephanie Tücking, Stephanie Tücking, Yeah, Stephanie Tücking, Untertitelung des ZDF, 2020